Willkommen meine Freunde! Wie geht's euch? Willkommen zum zweiten Teil! Wir machen ein Waffenspiel auf der Map Hijacked und ich will mal sagen, wir können anfangen, ne? Och ne, warte! Lass mich doch mal den Cookie begrüßen hier! Nein! Hallo, Abonnent! Hallo! Hallo! Yeah! Hallo, Cookie! Keks! Wie erlaufen? Wie erlaufen? Ich möchte hier wirklich einen Keks! Ich mag den Smiley-Keks! Ey, jetzt heißt es wirklich schlechter, ne? Flieger, Schücher und Fleisch! Mal sehen, wer hier gut abschneidet! Ey, groß mal! Außerdem, es ist der halbe RHZZ-Klan! Jupp, nicht der halbe! Da anfehlst! Okay, nochmal für die... Leute! Nochmal für die Zuschauer! Ich hab den Endgame-Sound bei mir ausgemacht, damit es keine Synchronität gibt, also nicht wundern! Okay! Oh! Alter, wie leckt das denn? Hab ich mir auch gerade so gelegt! Leckt bei mir auch gerade! Ja, jetzt... Jetzt nicht mehr! Ja, fuck! Nein! Fai! Fai, warum? Die ist doch kein Level! Ach, komm! Boah, ich kann mit dieser Pump gar nicht umgehen! Blah! Welcome to the Killin! Boah, ich hab jetzt schon so lange nicht mehr gespielt! Welcome to the Killin! Cookie, du bist so fiech! Na, wo sind die denn alle? Da ist die Kämpfer! Lol, Hammer Terasu! Boah! Schon wieder! Alter, Bombing-Warp übertreib mal! Ja, man! Ha! Yeah, Cookie hat sich in mich reingeschmissen! Lol! Fuck, Alter! Er muss da wohl nicht so ein Endspiel haben! Oh, Illuminate, du können auch fast! Alter, ich muss sagen, Cookie, das war eben schlau von dir! Richtig schlau, mich reinzufliegen! Boah, Alter, hab ich abgeht! Ja, Tico, meine überaus Lieblingswaffe! Och, nö, das ist jetzt unfair! Ach, komm mal! Alter! Bob! Boah, kann ich sein, ja! Alter, das war jetzt übelst Bornkill! Du bist ein Schwanz! Dankeschön! Ja, ich trinke den, der Kass, gehen, gib dem Hitmarker! Ich dachte schon, dann ist der Neue! Ha! Hauptsache, ich muss erst nachladen und dann so rum und so! Was ist die? Bei mir! Ui, die! Ui, die Video! Alter, mein Sport! Das ist ja... Alter, ich hab schon so lange nicht mehr gespielt, dass ich... Ich hab schon so lange nicht mehr gespielt, dass ich voll scheiße bin! Ich werd' euch doch nicht! Ihr habt doch alle schon irgendwie gespielt, auch das ganze Leben lang! Kann sein, ja! Simon! Oh, was soll ich denn? Hämmer visieren! Oh, Cookie! Äh! Kommt von hinten da, ne? Von hinten kommt... Du, ich bin wieder zurück! Hämmer, freut mich! Oh, nein! Ja, Hitmarker! Mann, ey! Ja! Was hab ich denn mit Ballista auf? Ne Visierung! Hey, ich wiss mich verarschen! Und ich dachte gerade, da steht bei Titi! Wo? Bei Fly! Alter, verpiss dich doch! Oh, Mr. Lolluken! Den Baba! Oh, wer hat die... Nee, die hat die gerade den Kehl weggeklaut! Äh, geklaut! Ich? Und was, du Illuminat tritt? LOL! Was? LOL! LOL! Alter, wie ich die Cheek und so hatte, ne? Ich bin Quickscopen! Haus, der Rasuretter in der Ho... Simi, bleib doch mal kurz stehen! Nee, kassi nicht! Mannu! Nein! Ja! Nein! Ja, wer hört hier? Ja! Bitte, hilf! Nein! Mann! Das war knapp, ey. Ja, das war richtig. Du bist echt so ein Sack. Du hast mich gemessert und das gleich am Anfang. Dafür kriegst du den Band. Ich wurde zum Glück gar nicht gemessert. Wollen wir gleich noch ein Match machen auf der anderen Karte? Weil es eben so kurz war. Das wäre nice. Aber nicht jeder hat Nukedown. Ey, eine im Lauf. Nimm mal eine andere Karte, ich darf mich überraschen. Okay. Okay. Let's wait. Let's wait. Let's wait. Let's wait. Hey, Gotti, meine Bitches. Einem Lauf. Ja. Oh nein. Lass mal den Stock und Stein. Nein, nein, nicht da scheißen, wo du es, ey. Doch, der ist lustig. Nee, da rennt nur mit der Axt rum. Ich seh's schon. Ich. Ja, ich. Ja, Fly, Mark und so. Nee, Hans ist nicht da. Wir können einem Lauf machen. Hans ist doch schon gut. Der Junge trifft mit der Axt jeden. Sie geht in der Stadt. Einem Laufanzöser. Da ist ja ein Stoß und der wein ist, ja, dass wir zum Eure machen. Also, das ist doch eine Kugel. Oh, Che. Bitte nicht wein. Ich werde das zu diesen und der reisen. Scheiße. Ja, große Kugel. Nein! Ja, ich werde direkt von Dr. Young. Ja. Doch, das sind wir noch. Oh, warte. nein nein der alter war zum schuss her gemacht ja hallo ich habe nur noch ein leben scheiße nein ob macht ihr denn aufnahme scheiße ich bin ich habe nur noch zwei du bist heute irgendwie geil drauf oder ja die schulden und wir wollen sie vorbeigehen das kann ich ein Stück Scheiße und jetzt echt mal like a boy haha ha 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 und ihr Wort von dir ich bin nicht so gut jetzt Chris dann hast du gewonnen oh ich ich oh ich hab noch ein Leben mal gucken wow in den Fuß wow Cookie ich bin Twitter man ich war vierter ja ich war erster von unten ja ich war erster von unten ja komm das macht fangen komm noch direkt noch eine Runde hinterher aber auf einer Art nicht diesmal okay alle guten Dinge sind drei doch hier bin ich zu gut ne na Spaß ja ne 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 oder mach doch einen Stein ne 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 gleich noch mal los ja aber immer noch im Laufe so gerade ja gewohnt ja ja okay wir wollen wir auch töten alle wirklich haben wir auch gehen ja ich muss den Markt und ich habe okay und in Ordnung ja irgendwie irgendwie seid ihr alle zu sich krank wisst ihr das ich stecke aber alle an ich merke ich denke ich bin ein guter Umgang für uns das heißt nicht Gollum, das heißt Hallum oh, ich bin aus dem Horst unterbrochen die Verbindung zum Spaß unterbrochen beim Fly ist schon drin, dass ins den Rennen gekommen bei mir steht Wacky der GmbH ein PNL du hast nur einen Schuss gibt es die an die Blonde weiter nein du hässlich ein was nein das steht wieder vor mir als keine Fründer 0 ich kann ein Fall Du Hundesohn, du Hundesohn, du Hundesohn, Alter! Ich hab' ich sie wieder totet. Der war nice, haben wir totet. Ich bin schon wieder... down. Nein! Alter, ich hasse das mit den Messern. Nein! Der Junge, ab geht heute. Hallo, Bombing-Mob, verdöne ich doch! Ich bin wirklich da, ab's zu schlecht. RZ ist jetzt ein Clan. Natürlich. Naht mich mal später ein, wie auch immer das geht, weil das noch nie, keine Ahnung. Einladen, vor allem. So, Super-Shake-LP lebt nicht mehr, so wie Cookie auch nicht. LOL! Illuminium! Noob down, noob down, noob down! Der ist schon wieder da? Ey, Bombing, wieviel hast du noch Leben? Wieviel Leben hast du? Ab geht! Nein! So, jetzt lebt nur der größte Noob, der mit A anfängt und mit Materazzo aufhört. Das geht doch, meinst du? Weil der Käpte über dem Haus! Oh, Timmy! Was?! Bin hingelegt! Boah, ich hab mich... Timmy, wo der süß Amaterazzo, der Hechter! Und der ist getroffen! Sollte zweimal! Sollte dreißig! Sollte dreißig! Amaterazzo! Ja, ich hab' gefahren, Junge! Wirкеhuosh, ich leh' nicht malah! Schuss,ène... Schusscar, j experiencing... Man will aber ein terceralçein, dann ich... Jetzt hat er noch einen dritten gehabt, A Jude... Wieviel ich da hingelegt... Ich... Ich... Ich lieg mich immer hin weil dann may ich h Funny die Bestandразz... Eaa... das ist zu kurz aber nicht auf jeden wollen wir es noch einmal machen oder wollen wir dieses Abozocker heute überhänden ok noch einmal die Japaner die farmen sich so viel die haben dann so eine Kapp 40 wie ein Multiplayer und sprayen dann da rum und treffen nicht ja nicht nur fürs Farben da die Dinger kannst du bei Ebay kaufen ihr habt zwei Magazine 20 Euro er hat er mit dem Weg gehen für einen Lauf und wenn wir in den letzten Jahren in der Regel mit ihm ja genau die OP-Charakter von 1000 Euro das ist so krass es gibt es ja ehrlich die Doppel-Akonten Euro der Falle der Säden er hat eine neue Säden also es wird so eine sehr große Leiter für jeden Stein für den Champion los großmaul ey stinker boah guck hier kriegs direkt packen gott schädig wurde die gesuchte herrer jude gefarmt boah oha NALTER das gibts doch nicht ja ich bin schon weg alter alter schon wieder zu verlaub mir NALTER 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 alter Wommingbob das war geil ja man ALTER ich bin tot WTF ALTER 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 NEIN da war noch keiner NALTER 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 es ist echt so oh Simni du was oh I'mperfect ist ein Camper oh passt auf dass Mr.Loll sich nicht wieder so 10 Magazine erfarmt NEIN NEIN das war ich gerade nicht das war ich gerade nicht bringt er da runter ja außerdem ihr wisst doch ihr müsst bei I'mperfect immer aufpassen er ist ein Chinese der farmt sich sicherlich 1000 Magazine bei einem 1000 ja ich hatte zwei aber ich wollte nicht schießen Mr.Leuno voll die Affen hinlegen hinlegen ihr müsst euch hinlegen doch das Messer an der Black-Ausweis ist irgendwie richtig scheiße also Life muss gelangt sein WUT NOAH oh mein Gott hat das gedauert ich hab Bock dir, komm wir spielen mal Stock und Stein Stock und Stein doch, leider das ist, guck mal zwei Mal diese Anime-Videos nicht geträumt Stock und Nigger ey wir spielen Stock und Nigger okay? Stock und Nigger Stock und Nigger Stock und Nigger hast du einen Stock und zwei Steine in der Hose? Hasch und Stock na wer von euch hat einen Stock und zwei Steine in der Hose? warum er ist wieder ich? ich hab einen Stock und zwei Steine in der Hose der Baba ja also du, Jake, du hast Steine in der Hose alle anderen haben Eier in der Hose und Checker hat sich da einen Stock angeklebt Sekunde oh oh bitte nicht nur mit der Axt rumrennt das tick ich ja auch ja sagst du mit der Axt rumrennen, okay ja weil wenn du immer mit der Axt gehst, sind ja alle in der Hose dann bleib ich stehen bevor ich werf dann renne ich nicht mit der Axt rum Axt ist gay Leider trifft er mich direkt, ey NO! NO! das war knapp yes Wollte ich, wollte der Axt in den Kopf werben ja haha NO! mit der Wurf Axt mit der Wurf Axt LOL 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 wir sind da neben mir, what the fuck ja klar Jake, ey ja ne 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 Der Chef! Oh Slime! Slime! Alter! Boah lol Na komm! Nein! Boah alter ich flieg hier fast runter! Fuck alter! LOL! Nein! Boah Materasu wollte das erste Achsenarmgewerk! Jake what the fuck? Ja! Wie das geht? Sie! Jake wift da so random Tomahawk und trifft mich! Das hätt ich ja sehen müssen! Oh mein Gott! Das war so gehundert! Das hätt ich ja sehen müssen! Oh fast er hätte sich noch gekriegt! Alter ey! Ja! Ich ja kack hier derbst! Ich bin der letzte! Scheiße! Am anderen Ende! Fuck! Nein! Ohne Scheiße! Ich bin so bad in diesem Spiel! Hey komm! Wir müssen amaterasu Tomahawk! Ja ok mach ich! Oh fast! Oh nö! Fuck! Hey shit! Nein! Jake! Was ist das? Oh! Yes! Der Jake ist von der Töker! Nooo! Der Jake hat mir der Axt an Kopf geflogen! Ja! Die Axt ist echt mieses! Warte! Scheiße! Warte! Fly ehrlich! Da kam der auf! Ja! Ja! Hey Gott! Ich hatte es irgendwie so null Punkte! Alter! Ja! Yes! kreis kreis wieder misster st jungen nein nein ich hatte drei Äxte wie kann man Äxte fahren? ja ach geil den Texte fahren Mann ich hatte den meisten ich hatte den meisten Fils Jake du es ist ja Jude ich will dir grad zwei Äxte reinwerfen also geh weg Jake ich wollte dir grad alles an Kopf werfen Alter wie ich hier abgeht Alter 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 ich steh da ganz hinten und schieß mit dem yes auch mal mit der Axt getroffen 5 4 nein am Fuß amaterasu oh Jake nein du hässliches Gollum fuck yes ich hab's geballt oh kann nicht sein ey trifft der mich bitte nein lol ich hab dich getroffen das war random alter lol was war das ey fly lol was war das ey fly ich hab dem Jake ordentlich Tomhawk in die Presse geworfen ich hab dem Jake ordentlich Tomhawk in die Presse geworfen oh Alter es ist ne Aufnahme Alter ich wurde schon fünfmal vom Tomahawk gekillt nein ich schaff's nicht mehr glaube ich ich hab's geballt ich hab's geballt oh Mann ey ich hasse euch ich hasse euch einfach nur ich liebe dich auch die Axt hat hier richtig schön gepasst ich hab Jake und Flygen ich hab nur Flygen Alter hier wurde hier wurde hier wurde dreimal eine Axt reingeworfen oder fünfmal sogar ja hier hättet meine erste Axt sehen mich so rennen ja das war so geil Leute komm lass noch mal das Volk sehen nochmal aber meine war auch nicht so schlecht aber warte bessere Map bessere bessere ja oh ja da kann man nicht mehr mit dem Tomhawk das ist jetzt aber auch die letzte Map dann machen wir erstmal einen Schluss für dieses Video und wir gehen jetzt mal wieder auf Bauer ich will jetzt sie meist gilt nennen ja vor allem das ist schlimm das ist das ist ein halbeschritte hinter mir her nur mit Tomahawk im Kopf das ist genau einer hinter mir gespawert ey ja da war ich gerade auch da war für mich jetzt Marc du kriegst von mir gleich muss dünner Boah aber Terrasis du voll hinter mir Bauer ja ich spaw und bin schon wieder tot ich drehe mich um sie nur so fight im Boden und dann Ihn neun ... NOOOOOIN! Oh mann ey WTF aber Terraso ich lauf dir schon die ganze zeit hinterher und du verrengst nicht. Weil ich SKILL hab ... Ja. NEIN Aber Terraso habe ich so'n Pfeil mal knet oder was? Oh, nein! LOL, Alter! NOOOOOIN! Nein, geht doch! Oh, was war das denn? Das sind ja genau vor mir, ne? Nein! Yes! Alter, Mr. LOL! Nein! Kommt jetzt die Tamo-Krache! Nein! Ich bin blutrünstig! Ey, wenn ich jetzt eingetroffen hätte... LOL! LOL, Doppelchen! Nein, jetzt! Nein! Nein! Alter, ich bin 10 Eich gewesen! Alter! Fuuuuck! Alter, nein! Fiegt mich! Was wollt ihr alle mit eurer Armbrust dieses... Alter! Scheiße! Boah! Ja, mach ich! Boah! Zwei Äxte! Der war knapp! NEEIN! Du rennst einfach vor, Mensch! Ja! Ey, die gibt's doch nicht hier an der Terrasse, wenn ich... Nein, ich hab dich mit der Axt gerufen! Wende! Ja! Nein! Ja, groß mal mit der Axt getroffen! Meine Bestimmung, meine Bestimmung wurde auch gefüllt! Läuf weg! 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 Oh, wer hat mir denn... Die Kehl wieder geklaut! Läuf weg! So, jetzt werde ich euch alle trollen! Yes! Ich werde nur noch mit Axt werfen! Großmaul! Nein! Yes! Du Passe! Nein! Nein! Yes! Nein! Ich war so guuut! Boah! Ja! 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 Du hast... Oh, nee, ne? Du dreckiger... Ich seh, du... Das Messer... Yes! Das heißt, ballistische Messer... Ach! Alter! Was ein Scheiß! Oh mein, Wimmy, du Sting! Nein! Oh, ich hab gedacht, Tomor, alter! Leute, ich bin... Ich war... Ich hab gerade einen Tomor reingekriegt! Ich bin schon fast wieder der Erste! Ah, jetzt bin ich schon wieder! Oh, Bob! Was hast du zu tun von mir? Nein! Boah! 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 Nein! Alter, ey, immer ich! Ja, immer du! Ja, immer du! Du, Junge, ich wurde... Ich wurde drei immer auf ne Axt getroffen, das Game! Ja, guck mal, mach ich einfach hinter mir! Alter! Alter, warum stirbst du nicht? Warum stirbst du nicht? Warum stirbst du? Alter! Das gibt's doch nicht! Ja! Ich hatte schon 0 Punkte, da krieg ich schon wieder einen Tomorok rein! Ich liebe dich auch! Ja! Boah! Ich will jetzt erst euch 120 Punkte! Boah! Boah! Alter! Null! 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 Warum schaltet sich mein Mikro-Machstum? Leute, warum schaltet sich mein Mikro-Machstum? Weil du stinkst! Warum schaltet sich mein Mikro-Machstum? HUM.. ... Neun! Ja! Bist du nicht! Oah, immer voll hitten! Alter, Alter! Neun! Oh, Mann! Oh, man! Halt euch miteinander, geil! Mann, ich bin total hart. mit einem random Tomahawk! Oh yeah! Das soll fast vieles sein. Jawoll! Jawoll! Ich bin Schweizer! Seid ihr mit erreicht? Ja, ich hab den letzten Kill gemacht! Super, ich hab getultet! Yeah! Semi wurde nie vom Tomahawk getroffen, Mann! Alter, ich wurde nie vom Tomahawk! Ich hab aber irgendwo da so verteilt, Alter! Jetzt muss man da unten, jetzt bin ich gewesen! Jawoll, Alter! Oh, ich seh doch alles, jetzt schick, komm los! So, jetzt lass mal Pinpan, na mal! Das ging aber richtig gut! Mann, no! Okay! Okay, Leute, dann machen wir für dieses Video dann erstmal Schluss! Und ich freu mich, wenn wir das nächste Abo-Sauke machen! Und dass wir mal neue, naja, Stimmen hören! Und dann verabschiede ich mich mal! Ihr könnt euch auch noch verabschieden! Tschüss! 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 Ich grüße meine Mama! Ich auch! Tschüss! Tschüss! Ja! Ich grüß deine Mama! Und grüße! W drone alle meiner Freunde nach Hause! Jordan, Inhand von wohl! Fick dich! Mach ich! Ja! Und diesen Gruß schick ich das an euch, könnt ihr selber machen! Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.